Hey YouTube, ich bin The Chairman Driefree Climbar. Ja, ich will heute ein bisschen was über Bäume erzählen. Das dauert nicht lang, also ich versuche mich sehr kurz zu halten. Also es geht darum, wenn Menschen, oder besser gesagt, ja, eben Driefree Climbar, also Leute, die auf Bäume klettern, behaupten, dass sie auf jedem Baum raufkommen, dann ist das natürlich einfach nur so dahergesagt, weil das ist nicht möglich. Man braucht Hilfsmittel, das ist klar, um auf manche Bäume raufzukommen. Also auf manche kommt man ja auch total leicht. Also wie gesagt, wenn man da wirklich Schwierigkeitsgrade, ja, wie soll man sagen, ja, errichten würde, also Schwierigkeitsgrade errichten würde, also an Bäumen, dann würde man sehr schnell feststellen, dass die meisten Bäume eigentlich so im zweiten bis vierten, ja, fünften Grad sind. Also ungefähr in diesem Schwierigkeitsgrad. Und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz, ja, wie soll man sagen, harte Brocken. Also das heißt dann wirklich, also diese massiven Stämme, also die wirklich ganz, ganz groß sind und wo kein Ast unten am Boden, am Grund ist. Und diese Bäume sind für mich dann schon so, ja, im neunten, 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 neunten Grad, neunten, zehnten Grad, ja. Weil man hat fast keine Chance, sich daran zu halten. Und, ja, dann, wie gesagt, ich habe jetzt nur diese Größe gesagt, diese Größe. Also ungefähr ein Meter, ja, kann man sagen, Durchmesser. Ein Meter Durchmesser bei einem Baum, das ist schon schwer, dann klammert man sich so rum. Aber es geht jetzt um die andere Größe. Es geht jetzt um die Größe, zum Beispiel einen Stammumfang von ungefähr vier bis fünf Metern. Dann, ja, kann man sich ausrechnen, wie groß der Durchmesser ist. Also es geht einfach um Bäume, die einen ganz großen Durchmesser haben, wie zum Beispiel drei Meter. Also da kann man sich als Mensch fast nicht festhalten. Und ich möchte da gar nicht so viel drumherum reden. Also ich wollte einfach nur sagen, dass man eben bei so Bäumen, die einen sehr großen Durchmesser haben und die auch wirklich ganz groß sind, dass man sich nicht mehr drumherum klammern kann, dass diese Bäume unmöglich zu besteigen sind. Also man hat fast keine Chance. Also man kann es natürlich probieren. Und das ist klar, irgendwelchen Leuten gelingt es wahrscheinlich auch. Aber mit Hilfsmitteln natürlich. Also komplett frei klettern, also free solo, also free free climbing an solchen Bäumen zu verüben, ist sehr, sehr schwierig. Ja, wie gesagt, man kann auch auf Gebäude klettern. Man darf sich bloß nicht von der Polizei erwischen lassen. Man kann auch zum Spaß unten einen Zettel hinschreiben. Das ist kein Suizid. Das ist einfach nur eine, ja, kann man sagen, professionelle Besteigung. Ja, also was heißt professionell? Es geht auch um dein Leben. Es muss nicht, du musst nicht mal ein guter Kletterer sein. Es geht immer um dein Leben. Also du kannst der beste Kletterer der Welt sein und trotzdem musst du aufpassen, dass du eben nicht abstürzt. Und du kannst auch ein ganz normaler, wie sagt man denn so, Laie, Amateur, ein ganz normaler Kletterer, den man halt einfach so findet, der einfach Spaß am Klettern hat. Ja, der kann genauso abstürzen. Aber der kann vielleicht auch manchmal Glück haben. Und der Profi, der weltbeste Kletterer, der kann abstürzen. Also es ist alles möglich. Man weiß es nicht hundertprozentig. Und ja, es gibt auch so Parcours, Parcours, Free Climbing in den Bäumen oder alles Mögliche. Ja, wie gesagt, also ich bin da sehr, was das angeht, ja, sehr, sehr kritisch. Also meine Leidenschaft ist es wirklich, auf Bäume zu klettern. Und wenn es möglich ist, auch auf Wolkenkratzer, auf Skyscrapers, also besser gesagt so auf eben, ja, hohe, kann man sagen Hochhäuser. Aber das ist natürlich auch ein Risiko, weil man weiß nie, ob vielleicht Öl oder, wie soll man sagen, also es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil es erwartet einen manchmal auch dort in den Höhen, also auf Gebäuden oder auch auf Bäumen eben Überraschungen. Und die sind dann oft nicht so gut. Also bei Wolkenkratzer kann ich nur sagen, kann oben einfach mal was rausbrechen. Irgendwie, ja, so ein kleines Stahlrohr, weil du da immer dicht dran festhältst. Es wird einfach locker. Ja, es rastet aus der Verankerung raus und so Zeug. Und einfach, es kann Öl eben sein, eine Öllacke von irgendwelchen Bauarbeitern, die da gearbeitet haben. Und du fasst da mit der Hand hin und dann rutschst du weg. Das kann alles passieren. Und ja, auf Hochhäusern. Aber ich möchte jetzt da niemandem Angst machen. Also wie gesagt, es ist eh verboten, es ist eh ein Risikosport. Und ja, was heißt Sport, es ist auch einfach so eine Art, ja, selbst, ja, keine Ahnung. Wie soll man das beschreiben? Es ist einfach so ein Trieb, den man einfach macht. Und ob Sport ist oder nicht, das kann es jedem selbst überlassen. Also wenn ich das praktiziere, mache ich das teilweise, oder mache ich das hauptsächlich für mich selber und denke darüber nicht nach, ist es ein Sport oder nicht. Auch bei Bäumen. Ich denke nicht darüber nach, ist es ein Sport oder nicht. Ich mache es einfach. Und wenn ich es geschafft habe, dann lebe ich. Und wenn ich es nicht schaffe, dann lebe ich halt nicht. Also es geht nicht darum, der Beste zu sein. Man kann auch in den ganzen Überschriften von den ganzen Videos natürlich reinschreiben, I am the best tree-free-climber oder best tree-free-climber oder irgendwelche solche Sachen. Natürlich, gebe ich auch ehrlich zu, habe ich auch gemacht, aber es heißt ja nicht, dass es so ist. Also ich bin nicht der beste Baumkletterer. Ich bin auch nicht ein sehr guter Baumkletterer. Kann ich jetzt nicht sagen. Also ich klettere halt und schaue, was möglich ist. Und wenn es die Leute wirklich gut finden, dann finde ich es halt auch gut und so. Aber ich sage nicht, ich bin der Beste jetzt wirklich so, wenn ich ganz ehrlich vor der Kamera spreche. Das sind einfach nur so Überschriften, die ich gemacht habe. Ja. Und das mit den Totenbäumen. Man kann sich nie sicher sein bei Totenbäumen. Also das sagen Leute dann so, wo ich dann auf so einen Baum raufgeklettert bin. Ja, du kannst ja im Ernstfall, im Ernstfall, wenn die Äste brechen, dich um den Stamm klammern. Ja, was bringt es? Was bringt es, wenn der Stamm auch locker ist? Ja, wenn die Wurzeln verfault sind, wenn der ganze Stamm hohl ist, instabil ist. Was bringt es dann, wenn ich mich drum herum klammerell? Der kann genauso umfallen. Es braucht nur ein leichter Sturm aufziehen oder es muss windig sein. Da geht man eigentlich, besser gesagt, eh nicht auf die Bäume. Das ist eigentlich eben nicht empfehlenswert. Also wer klettert schon bei Sturm. Aber wenn das halt eben passiert, dann hat man da keine Chance. Und darum sage ich, tote Bäume sind unberechenbar. Ich habe ein paar bestiegen. Also das sieht man auf meinem YouTube-Kanal, The General Tree Free Climber. Aber ich mache das nicht nach Lust und Laune und spontan und so Zeug. Ich mache das einfach, ja, da muss die Zeit einfach passen. Also da muss einfach alles gelingen. Und was heißt gelingen? Es muss ja, weil sonst stürzt man ab. Weil es geht, wie schon gesagt, also es geht darum, raufzukommen und eben auch wieder runterzukommen. Und es geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern eben es erlebt zu haben, dass man überlebt hat. Oder dass man einfach sicher wieder am Boden ist, so Zeug. Und bei Wolkenkratzer ist es natürlich sehr gefährlich und das ganze Zeug. Und ja, man kann halt ein bisschen Katze, Katz und Maus spielen, sagen wir es mal so, beim Wolkenkratzer und so Zeug. Ich weiß nicht, was ich 2024 so vorhabe. Man wird das sehen. Ich habe keine Pläne. Ich habe einfach nur irgendwie, ja, ich schaue mir gewisse Dinge an, überlege mir viel. Ja, ich überlege mir dann über irgendwas. Also wie soll ich sagen, ich schaue mir gewisse Bäume an, ich schaue mir gewisse Hochhäuser an, Kräne an. Ich schaue mir sowas halt an und dann schaue ich halt, was halt mir gelingt. Und dann wird man es sehen. Okay, das war es. German Triefel Climber sagt, ja, verabschiedet sich jetzt.